Du siehst die Bahn, oder? Ja. Guck dir an, wie sie auf die Straße laufen. Und dann stellt er sich vor die Tür. So eine Idioten hast du auch in der Bahn. Total rappeldicke voll. Du willst aussteigen und die Leute stehen, die einsteigen wollen, stehen vor der Tür. Und lassen dich nicht aussteigen. Und dann stehen sie da. Neulich, so ein kleiner Spass sieht aus wie Dick Tracy in ganz klein. Mit einem Trenchcoat und einem Hut und einem Snorbert. Und ich sag so, wie soll ich denn hier vorbei? Und er guckt mich an. Ich dachte so, was für ein Film schiebt der denn? Übertriebenes Mäusekonzert im Kopf. Und er steht da so da. Ich weiß gar nicht, was sie meint. Ich geh zur Seite, du Idiot! Das krasse ist, die simulieren ja auch, als wäre die fucking Bahn voll. Sie ist nicht voll, ihr steht nur alle in der Tür. Der ganze Gang, der ganze Weg ist frei. Die Leute wollen die liebste Bahn für sich alleine. Absolut. A ist der ganze Weg frei, und der Gang ist frei. Und dann sind auch noch fünf Plätze frei. Und warum setzt sich auf diese fünf Plätze keiner hin? Weil da fünf Rucksäcke sitzen! Ja, weil das auch lebensgefährlich ist, jemanden darauf aufmerksam zu machen, dass er bitte seinen scheiß Rucksack da wegnehmen soll. Ja, und wenn du das dann machst, dann kannst du... Es ist der Hammer! Junge, es ist voll. Du kannst dein Rucksack auf den Schoß nehmen. Oder in der vollen Bahn... Ja, weil... Weil... Warum macht er das? Weil er denkt, er kommt nicht aus der Bahn. So, seht's auch! Weil man auch ständig von Leuten hört, die nicht aus der Bahn kommen. Sind ja schon Leute verhungert, ne? Weil sie nicht aus der Bahn gekommen sind. Hört man ständig. Es gibt aber auch Beweise, dass manche Menschen nicht mal aus dem Bus kommen. Diese Rumsteher, überall stehen die Leute rum. Rechts stehen, links gehen auf der Rolltreppe. Ja. Wie kann es sein, dass man links eine freie Rolltreppe hat, aber es gibt einen Trottel, der sich da hinstellt. Und vor allem als Einziger. Er kommt auch nicht auf die Idee zu überlegen, warum stehen eigentlich... Ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn es nicht ergibt. Wenn die Rolltreppe links frei ist, dann hast du da nichts zu stehen, du Trottel. Vor allem, der überlegt nicht mal, warum stehen eigentlich alle rechts? Hm, das ist die VIP-Reihe, Mann. Und wenn du dann von hinten... Die Trottel stehen alle rechts. Ich kann doch auch links stehen. Oh, ich bin der einzige Schlaue hier. Ey, und wenn du dann von hinten kommst, weil du es eilig hast, weil du hast ja nicht den ganzen Tag Zeit und du sagst, Entschuldigung, darf ich mal durch? Oh! Meine... Diese schnellliebige Berlin. Das ist ekelhaft. Ich kann nicht mal hier links stehen. Nee, das ist ekelhaft. Also eine Großstadt wäre ja nichts für mich. Nicht so, ey. Ja, diese Dorfis, Alter. Die hier... Ich bin ja froh, dass Tourismus hier läuft, ja? Aber wenn dann... Aber nicht die! Aber wenn dann Leute mit der Rolltreppe hochfahren und dann erst mal... Oh! Die kommen aus dem U-Fahn raus an Alex und dann gucken sie erst mal... Und hinter sich staut sich alles. Ja. Wie bei der Wasserrutsche, wenn irgendeiner so Wasser gemacht hat, damit er noch schneller runterfährt. Fick dich, Alter! Geh doch... Ist es zu schwer zu sein? Nein, nein. Hey, guck mal, blauer Helm! Aber das ist... Da kann man auch noch mal zur BVG gehen. Wenn die Leute aussteigen, dann bleiben die erst mal mitten im Eingang stehen und überlegen... Muss ich jetzt nach rechts oder muss ich jetzt nach links? Ich denke, geh doch erst mal zehn Schritte weiter und überlege dann, wir kommen alle nicht raus. Nein, man muss sofort stehen bleiben und alles rufchen. So einen richtigen Wichser. Die haben einfach nichts in der Birne, die Leute. Die sind dumme Bauern. Die sind dumme Bauern.